Hoeneß hat Freunde fürs Leben, wenn er Freunde hat. Und er hat meistens Freunde. After-Show-Dialog, Filmmark, on Tour, im Optocopy Shuttle Service für Kopierer, für Papier, für Businessgeräte. Ja klar, die brauchen ja auch mal Kopierer. Und ich glaube, mit Optocopy Kopierer kapieren sie noch schneller, wie sie vielleicht den nächsten Weltpokal gewinnen. Nein, das war nur ein Wortspiel bitte, Herr Markus Hörwig. Ich gebe gerne Gas, nicht nur auf der Autobahn, sondern auch in der Birne. Ganz schnell zu DHL. All the greatest.